Musik 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 Määääää! Sieht so gut aus! Ja, danke! Du aber auch! Oh, voll süßig. Schmecken. Nein, gar nicht. Wollt ihr mich überhaupt noch? Eigentlich nicht, glaube ich. Also mein Name ist Shirin. Guten Tag, hallo. Sie haben dich jetzt schon ein Jahr und vier Monate nicht mehr gesehen. Oh mein Gott, euer Leben ist bestimmt zu Ende. Ihr wisst gleich, dass ihr ohne mich tun solltet. Sie haben dich aber vermisst. Recht süß. Ich habe aber nur die Andi vermisst. Die Kamera nicht? Nee, nicht mehr als die Kamera. Aber die Kamera gehört zu mir. Die Kamera hat mich so oft penetriert, Anni. Das ist mehr dich, die ich vermisst habe. Aber die Kamera gehört zu mir. Da musst du jetzt mitleben. Ja, deswegen lebe ich ja auch damit. Deswegen bin ich ja recht schon da drauf auf dem Video. Ich lebe ja damit. Aber wir waren eben im Extra-Blatt gewesen. Ja. Und haben ein bisschen getalkt. Ja, ein bisschen. Sehr lange. Ja. Wieder alles erzählen, die alten, die guten Zeiten. Ja. Nur schade, dass die Celia nicht dabei ist. Ey, weißt du, wie lange wir kein Video mal zu dritt gemacht haben? Ist ja immer so geil, wenn wir die das zu dritt eines machen, weißt du? Mhm. Das Dream Team. Dream Team. Ja, das ist echt mega flüssig. Hast du gesehen? Der Typ bei Metzger 2 hat nicht ihr Gefühl erst. Oh ja. Der war hot, oder? Der war ein bisschen unhot. Unhot? Ist hot. Wie heißt das? Not hot. I don't know. Hot or not? Hot or not? Die Schirin so, hi, wir wollten mal wissen, was kostet ein halbes Kilo Hackfleisch. Dann sagt er so, 4,35. Da sagt die so, oh, okay, ciao. Das war schon gedisst. Weil wir jetzt einen Test gemacht hätten. Ja. Er sagt, war das jetzt ein Test oder was? Nämlich Hackfleisch-Preistest. Ja, aber weil wir die Kamera in der Hand hatten und deshalb. Aber ich hab's da extra ausgemacht. Ich film den ja nicht oder so. Ja, wir laufen gerade. Wo laufen wir hin? Ein Rewe. Ein Rewe. Und ich kaufe ein Hackfleisch. Und dann gehe ich zum Grossmann. Weil ich kaufe ein Haar und naja, den wir schon Fleisch holen. Schön Asi. Oh, man sieht, die Schirin ist immer noch Asi, sie hat sich nichts gelernt. Erzähl doch mal, was du so machst. Ich studiere gerade Soziale Arbeit. Welches Semester? Zweites Semester. Und wie gefällt es dir so? Oh, ganz gut. Sehr schön. Und was machst du sonst so? Äh, sonst hab ich einen Nebenshop, bin ich Servicekraft. Und sonst so sind... Sonst gehst du in Zumba. Zumba mach ich, genau. Ich bin jetzt viel sportiv. Und, äh, ja, sonst halt chillen, arbeiten, bisschen Sport machen, ganz viel essen. Was man halt so macht. Eben mit der Anni mal sich ein Zuhintreffen. Nur mit der Solera irgendwie nicht, weil die Solera umgezogen ist. Die Solera um dich mag. Die mag uns nicht. Mh, maa, kao. Aber nächste Woche treffen wir uns wieder und machen ein ganz langes Video, ja? Genau. Und da auf dem Video sind auch mein kleiner Cousin drauf. Der hat nämlich voll drauf mit so Diabolo und sowas. Und, ähm, ja, den müsst ihr auch alle euch angucken. Müssen ihn auf jeden Fall anklicken. Das ist nämlich ziemlich cool. Guck mal, 1,79. 1,79. Ja, und der Typ wohin beim Metzger wollte 4,35. Aber das ist für 400 Gramm Packung. Was brauchst du denn, 500? Nein, hier steht... Das ist doch Pragwurst 400 Gramm. Das Hackfleisch ist 500 Gramm. Wir... Ach, was haben wir denn gelabert? Wir waren überhaupt nicht bei Extrablatt. Wir waren direkt neben Extrablatt in der Wunderbar. In der Wunderbar. Wie dumm. Das fand ich mir auch wunderbar. Das war wunderbar. Die haben keine Toilette und die Toilette war eklig. Die, auf die ich jetzt gehen musste, dann... Da, ich seh's schon. Guck, das Ding will ich. Da. Das Ding will ich. Und... Das war's. Guck, das ist das Pulver, was ich hab. Ähm, Vanille. Und das ist der Shaker dazu. Ah, den passen, ne? Ja. Sehr gut. Das war der Shaker, oder? Das war mal der Shaker. Ja, aber gut, dass wir jetzt gleich schon nichts zu Hause ausgemacht haben. Ja, weil das muss aber auch stehen. Das dürfen wir nicht verschieben. Sonst brauchen wir wieder ein halbes Jahr, bis wir uns sehen. So, der Shaker hat nur 1,99 gekostet, obwohl der eigentlich 2,49 kostet. Guck. Soll ich da bei sein, weißt du? Ja, die hatte ich gesehen. Ach, ne, Anni halt war 50 Cent. Weil die Shirin so hübsch ist. Ja, genau. Wenn mein Euglund hab ich so... Und, Shirin? Und, und? Du hast ein neues Handy. Ja. Die Shirin hatte immer so ein Steinzeit-Handy. Und nicht mal... Steinzeit-Handy. Das war ein ganz normales Telefon. Ja, ein Telefon. Das sagt ja schon der Name. Das war kein Handy. Das war kein Smartphone. Das war ein Telefon. Das war ein Telefon, ja. Damit konnte ich gut telefonieren. Aber es hatte noch nicht mal Internet. Ja, und? Ja, jetzt hast du aber ein... Ah, ja. Weil ich auch nicht auf WhatsApp. Jetzt hast du WhatsApp. Ich geh letztens in WhatsApp rein. Und dann geh ich so meine Liste so von oben nach unten. Und dann steht da auf einmal Shirin. Ich so, was? Shirin hat WhatsApp? Direkt mal. Ey, Shirin, hast du WhatsApp oder was? Was? Eier, ich rede... Ich bin jetzt total innen. Ja. Das war geil. War geil. Leute, geil. Ich glaube, die Leute, die ganze Zeit, ich filmen, weil ich mein Handy so halte. Dabei habe ich eine Innenkamera und filme uns. Wir sind schon Stylo. Jetzt ist sonnig, jetzt sehe ich nichts mehr. Juhu. Sondern. Dein ist besser. I love it. Ja, Mann. Und ich geh jetzt ins Rückenstudio. Hä, das ist doch nicht deine Bahn. Du sollst erst mal zu meinem Freund. Ach so. Ich hab gedacht, du fährst jetzt zu dir. Ach so. Ja, Wein. Ja, sie geht jetzt zu ihrem Freund und ich fahr jetzt ins Fitnessstudio. Und heute Abend fotografiert in einem Club. Und heute Morgen habe ich verschlafen. Ich habe viereinhalb Stunden, also ich bin viereinhalb Stunden später aufgewacht, als ich eigentlich sollte. Und dann hat es sich nicht mehr gelohnt, in die Schule zu gehen. Dann habe ich gemütlich gefrühstückt. Und dann haben wir uns getroffen und so. Und Hundesitten noch. Und ja, chillig. Wann kommt mein Bus? In vier Minuten. Geil. Möchtest du zum Abschluss so was sagen? Wir müssen mal einen entschaffen. Man sieht uns ja gar nicht. Komm mal hierher. Warte. Warte. Man sieht uns nicht. Ich kann da denken, dass du die filmst. Okay, willst du? Die denken, wie viel... Tschüss, macht's gut. Wie süß. Ja, die denken, wir filmen die, gell? Ja. Okay. Also macht's gut. Tschüss. Wir sehen uns nach nächster Woche wieder. Ja. Tschüss. Bis dann. Ciaois.